Jürgen Teke! Was für eine Einzelaktion! Und schon wieder trifft er! Nicht mal zwei Minuten gespielt! Crystal Palace ist vorne! ...mal den anderen, also da wird ständig durchgewechselt. Ein Vorspiel an Takumi Minamino und auch Jordan Ayew hat sich dabei wehgetan. ... Nur elf Zähler im gesamten Kalenderjahr. Sehr gut gemacht von Walker Peters Minamino. Zwei in der Mitte, Adams und Ings. Minamino. Er hat gesagt, wir haben jetzt drei Heimspiele in Folge. Und wieder für die Übertragung von vor Ort verantwortlich. Die Saints im Anschluss in Unterzahl bravourös gespielt. Annenbällen ins Zentrum. Jetzt Redmond. Forster. Er sitzt wieder drauf. Das ist technisch alles andere als leicht umzusetzen. Es war J.Q. Kuya Tee. ...sicht von Ralf Hasel. Alex McCarthy. Minamino. Das auseinander. Minamino. Kite über Ward-Prowse, da geht Armstrong mit. Das ist eine 4 gegen 4 Situation. Jetzt geht er auf Minamino. Kauwa hat das Timing nicht. Minamino. Stevens. Gegen Frazer. Forster. Forster. Forster hält gegen Willi Wolvic. War nicht gut geschossen. Forster hat früh die Ecke. Jetzt schauen wir auch gleich nochmal drauf, ob man denn mit beiden... Walker-Pieters. ...sicht von Ralf Hasel. Beside the peg back, but they go behind as well. Nob. He really has Roy Hodgson. Limited resources and does feel like... ...got away with that. That wasn't such a clever moment for Forster. Great delivery. Minamino. Went to Ward-Prowse a bit. We'll see. Minamino here. Trying to pick up Walker-Pieters. Walker-Pieters has latched onto it. And the start to the second half from his side. Minamino, by the way, needs one more goal... ...for his best-ever scoring season... ...to squeeze all these games in at the moment. Derby-Femi back from long-term injury just recently. Minamino too close. Won the Premier League with Leicester City. Ward-Prowse. Minamino. Now Walker-Pieters. Now Walker-Pieters. He's in this game. Adams. Minamino on to Carr-Walker. Peters. Pick up the numbers really. He's never been given a... ...a chin. Responded really well. Second half. Waiting in there. Are they going to get another? Minamino's effort was blocked. That's away from him. Changing half the outfield players. Which we're seeing in... Minamino looking to lob one in behind Shea Adams. Cuiati was alive to the danger though. Good goal. Just relieves the pressure. Obviously Palace have to... ...these two clubs. Minamino... ...and Adams couldn't quite reach it. ...and that concludes the entertainment...